Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge MW2 von den APK Gaming Pros und natürlich ist der alles wieder am Start. Hallo Leute! Und da ist der Peer. Ich bin jetzt mal in der Runde Team Deathmatch. Genau, und auf der Map verwuchert. Mhm. Äh ja, die kann... Nachdem die letzte Runde ja ziemlich ausgeglichen war. Ja, wird diese wahrscheinlich nicht, aber egal. Hauptsache, ich hab's einmal geschafft, jetzt kann ich mich auch auf ewig einen runterholen und alles ist für euch. So. Es wird sich manchmal von euch fragen und dann so, hey, du hast Stift, ich krieg Spetsnaß. Hier steht gar nichts anderes. Hat doch SK141 steht auch ne so ne Team Team oder was? Keine Ahnung. Anscheinend. Okay. Ah, ja. Oh Gott. Die Map ist, glaub ich, schon in 101 Busy Grows. Hm, jo, ist er auch. So gehört. Jo, aber zu spät. Ich bin auch die ganze Zeit dumm hinterhergelaufen. Anstatt einfach zu schießen, dann hättest du mich nämlich auch nicht mal gehört. Oh komm, ich bin jetzt im Deathmatch, da kämpfe ich mich nicht, das wäre ein bisschen behindert. Ich bin halt überhaupt nicht konzentrierfähiger. Ich achte, ne, lieber auf die Kleinigkeiten, auf die ich sonst und sonst malerweise achte. Ja, vielleicht noch auch noch das Reden suchen, aber ich bin froh, dass ich auch mal ganz gut bin gerade. Und wie gut ich bin, dass wir ja sehen. Ich bin gelaufen. Ah, scheiße, okay. Das ist doch, ich bin in die Rande, ich bin da gelaufen, wir sind bekloppt da. Ich bin nicht ausreden, so noch kein ausreden. Ja, ist ja in Ordnung, Mann, schön. Ich hab nur gesagt, dass ich mehr kann. Ich weiß. Was daran verkehlt, wenn ich sage, ich bin nicht konzentriert, so wie immer. Die Katte ist so mega groß einfach. Ah, hab ich gesplendet, Alter. Mal wissen, wissen, wo du bist. Oh, lol. Da standen wir wohl auf der anderen Seite. Alter, was mir zu Fall, ich bin so groß, wir stehen genau liegüberliebend voneinander. Da nicht verkackt. Das war doch nicht geschossen. Nö. Das wüsste ich ja wohl. Unsere Leichen liegen ja auch noch rum von vorhin, also von den Kills vorher. Das ist ja voll grumpy. Wieso? Keine Ahnung, einfach so. Ich dachte, du stehst doch vielleicht nicht an der Reihe. Nö, eigentlich nicht, deswegen. Achso. Lauf bei dir. Sag mal, ich glaube, wir sind auf die ganze Zeit bei dem Kreis auf der großen Map. Oder du siehst mich schon auf die ganze Zeit im Kreis und daher. War auch eine Möglichkeit. Oder wir sind einfach wie die Idioten und finden uns nicht. Das kann auch sein. Oder du, ich glaube, die Stimme war gerade so wie, ich weiß, wo du bist, ich werde dich ficken. Was? Hat sich gerade so angehört, hat dir deine Stimmlage, hat sich, ja, guck. Deine Stimmlage hat sich nämlich gerade so angehört bei diesem, okay, oder was, das war, wieso, ich weiß, wo du bist, ich werde dich ficken. Alter, was die Waffe für ein Damage macht, was hast du da alles draufgepackt, ey? Deine Mutter. Auf wie viel hast du das eigentlich eingestellt? Auch auf Minuten, oder was? Auf 2.500 Punkte, also. Eigentlich, auf 20 Minuten steht da für keine Zeit runter. Ja, aber auf 25 Kills ist, äh... Ach, und 25 Kills, okay. Ja. Okay. Was ist denn denn? Nein, es ist die Sache, wo ist der Noob? Äh, ja, ich bin ja eher der Noob, aber egal. Ich weiß ja natürlich, wo ich bin, weil ich so dumm bin und fläschig schmeiße, aber naja. Oh yeah. Kann man mal machen. Wir sind in Führung. Wir haben die Führung verloren. Ja, läuft bei mir. Ah, man, nee. Kann nicht wahr sein, mein Pimmel ist so mega dünn, ähm. Ich weiß, Alex. Ich hab gehört. Jetzt hab ich dich wirklich gehört, du Lützer. Was? Alter, ich häng hier irgendwo fest. Nein! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo. Ja, was soll das? Sag mal, sag mal, wo? Ich mach nix. Wo denn? Alter! Sag doch mal, wo? Ich mach auch nix. Alter, ich spring hier grad, geht auch nicht. Hier, Mann. Wo? So, wo ich schieße, Mann? Warte mal. Sag mal, wie hier rum? Zieh mal nicht, wie du hängst fest. Hä? Junge, ich kann hier nicht mit W weglaufen, ich kann nicht rennen, ich kann nicht springen, ich kann nix. Warte mal, da muss ich von einem Lalalalal. Hätt ich jetzt auch nicht essen können. Aber hab ich nicht. Ich will ja nicht viel. Och, ja, jetzt kommt er mit einer fucking Aufklärungsdrohne. Wo sieht man überhaupt, was man hat, ey? Ich bin dafür zu dumm. Mit vier oder sowas kann man die Scheiße abfeuern, oder? Ja, toll. Ja. Mit vier kann man sowas machen, ne? Hab ich aber nix. Ja. Ja, dann hast du auch nix. Warum hab ich nix? Ist mir schlecht. Boah, Alter, ich hab das Gefühl, das ist keine Stärkung. Hast du jetzt eigentlich immer noch mal Aufklärungsdrohne? Nein. Willst du mich verarschen? Ich wollte doch mit diesem Scheißhaus drin. Ja, komm. Mann, ey. Das Haus, das Haus, das Haus hat hart dein Leben gerettet. Ich weiß dir. Ja, zeig noch mehr, wo, wo, wo du bist. Ja, ich hab grad einfach langweilig gehabt. Ja, genau. God damn it, nigga. Warum ist das für mich wieder so eindeutig. Kann doch nicht wahr sein, ey. Es kann nicht wahr sein. Mein Penis ist so klein. Mein Penis ist so klein. Warum war ich da noch hier hinter der Ecke, Alter? Alter, wie viel Auszeichnung läuft da nicht. Alter, wie konntest du mich da hinten denn sehen? Ich hab mich doch versteckt, Alter. Kurze Zeit. Ja, und dann bin ich kurz wieder zur Seite gegangen, weil ich gedacht hab, du hast mich schon gesehen. Hast du mich eigentlich schon gesehen, wo ich da stand? Nein. Okay. Also ich bin dann kurz nochmal zur Seite hinter so einem Busch, weil ich dachte, du siehst mich, aber nein. Anscheinend nein. Die Karte ist wirklich ein bisschen zu groß, muss man sagen. Ich hab kein Problem mit dich überhaupt zu finden. Ja, sag ich ja. Deswegen ist die Karte zu groß. Ah ja, komm, da guck ich mich so ein bisschen mal hoch, ob da ist. Irgendwo jemand in den Scheiß-Bäumen chillt, ne. Nicht in den Bäumen chillt, sondern in den Scheiß-Bäumen chillt, sondern in den Scheiß-Bäumen chillt. Lauf bei dem. War nur ein Rede-Fail. Ich mein, in den Dings chillt in den, ähm. Ich bin kein Affe, du Lutz. Nein, in den Scheiß-Häusern mal oben drin, du wichste Geburt, ey. Ah, du bist schon relativ nah an mir dran. Hier. Packt ihr doch ein Eis für. Ach, scheiße. Hö, ich bin alles, ich kriege nur durch die Gegend und campe. Das war nicht gekämpft. Nein, du kriegst nur auf einem, auf einem Flick. Ja, weil ich genau wusste, dass du da irgendwo draußen bist. Deswegen bin ich nach vorne gekrochen. Hätte ich nicht gewusst, dass du da wärst, dann hätt ich's nicht gemacht. Aber ich hab dich heute wegen der Scheiß vielleicht gehört. Ich bin der Alex, ich fläche im Sylkos. Hab ich gar nicht. Lauf bei mir schon wieder. Also, ja, ich bin zumindest nicht so weit im Arsch, das geht schon mal. Boah, Alter. Kennst ja meine Philosophie. Solange ich mich zu fett auf die Fresse krieg, bin ich glücklich. Erst wenn ich zu fett auf die Fresse krieg, dann hab ich keinen Bock mehr. Alter, wo war der? Alter. Samtex, okay, leider. Ich hab dich gesendet. Ja, aber nicht geklärt. Immer noch scheiße. Na und, aber gesendet. Ja und? Ich hab dich heute schon mal gemessert. Samtex. Und? So. Wo sind die Mistgeburt? Ich bin mit dergelaufen. Kauf dir ein Kekseffel. Wahrscheinlich kommt der gleich wieder mit der Aufklärungsdrohne an. Wo lang lauf ich jetzt? Ich kann mich grad nicht entscheiden. Fight ist ja aufklärungsdrohne gesichtet. Was? Ich hab da gar keine. Egal. Was denn? Ich bin mal wieder zu dumm, um das Spiel zu checken. Kann auch sein. Ja, du bist ein Hacker. Ist klar. Ich, 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 ich. Fahr und treff. Ja, ich bin ein Hacker. Genau. Ja, genau. Ich bin direkt gestorben. Ist klar. Ich hab einfach nur direkt auf deine Füße geschossen oder so. Deine Mutter schießt auch, wenn ich in den... Ah, komm, halt die Fresse, Mann, du hast einfach keinen Aim. Dein Ruder hat keinen Aim. Versuchst du mir immer auf den Kopf zu schießen und failst. Du schießt dich einfach direkt in den Bauch und gut ist... Das ist mehr Angriffshäsche. Ich weiß, ich versuche den Dien zu gehen zu ballern. Brauchst halt ein paar mehr Schüsse. Hm, wo ist denn der? Ach, da irgendwo. Ja, komm. Hab ich ihn überhaupt nicht gesehen jetzt. Ach, der kam da raus aus dem scheiß Haus. Brüß dran vorbei. Der ist ja immer wieder symptomatisch für Scheiße. Erstmal die Samtex verschwinden. Ja, komm hier, Donner runter wie aus dem Arsch einer Nonne. Alter, was fliegt hier für ein fettes Vieh rum, ey? Der hat wohl abgelenkt. Wo dann? In meinem Zimmer. Alter, diese Map ist einfach zu huge für zwei Leute, ey. Alter, was kommt denn jetzt? Alter! Alter! Warum bugge ich hier denn schon wieder irgendwo rum? What the fuck war das denn eben grad schon wieder? Alter, ich hab voll die Nacks grad. Was geht denn hier ab? Meine Ping ist in Ordnung. Also, das ist das Problem. Das hat sich aber eben auch im letzten dem 101, teilweise. Bis man das Spiel irgendwelche Performance-Probleme hat, hat er sich neben mir. Hat ja auch Bram, aber... Ah, Mami, ich bin scheiße, bitte im Kinderparadies abholen. Ja, was für Glück, es ist 20 Minuten damit noch so, dann würden wir nie auf... Ah, scheiße, nein! Hab's grad aus Versehen G gedrückt. Mist, jetzt weißt du auch noch, wo ich bin. Na, aber keine Ahnung, sieht man nicht, wo man ist. Herrlich? Nur bei Flashes? Nur bei Schießballschüssen. So, ehrlich, okay. Geh da raus, ja. Ach, aber Flashes hört man, ja. Wenn die irgendwo explodieren. Wenn man genau hinhörte. Mann, war das eine Logik. Ah. Ah, okay. Falsche Richtung entschieden. Raum reingelaufen, nach rechts geguckt, anstatt nach links. Das war mein Fehler. Danke, danke für die Waffe. Hab ich das halb für der Money. Mhm, danke für die Money. So. Wo ist denn? Okay, da hinten. Ach, Gott, was für ein nerviges Ding. Ich schieße die halt extra oder so, um zu sehen, oder? Ah, scheiße. Kriege ich die nicht rein? Die zerschießen die doch immer. Warum kriege ich das nicht hin? Ist klar. Ich krieg mir Headschack. Das ist, das war aber auch nur Dings, oder? Das war meine Zweitwaffe, weil für die erste habe ich schon die ganze Munition ausgegeben. Alter, hast du, du hast doch genau dieselbe Waffe. Warum kann ich denn eine scheiß Munition aufnehmen? Ach doch, gar nicht. Okay. Ist klar. Alter, was gibt... Warum hießen du, warum hießen du so hinleitig? Keine Ahnung. Ich glaube, du hast nicht ausgeschlafen, hast keine Reaktion. Du hast einfach direkt vor mir gestanden. Ich habe echt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich habe echt, ich habe wahrscheinlich auch eine scheiß Reaktion, oder so. Aber ich habe wahrscheinlich auch eine scheiß Reaktion, ansonsten könnte ich nicht eine solche Situation ganz cool werden, aber nein, dafür bin ich zu uncool. Boah, füsst du immer noch 12,8? Egal, ist in Ordnung. Gönne ich dir. So rum. Also, wenn es nicht zu heftig ist, so wie da, ist es mir egal. Ich höre ein scheiß Ding, ja, aber ich schicke nicht, wo du bist. Das ist geil, ne? Wenn man so kompetent ist. Ja. Wir reden aber so wenig, irgendwie. Wir reden so wenig. Okay, dann haben wir eigentlich noch 2 Minuten 25. Komm, jetzt heute bestimmt gleich wieder so eine Aufgängsdrohung online. Nein. Aber dafür brauche ich eine Abschlussserie. Ja, deswegen habe ich auch nie sowas, weil ich habe nie eine Abschlussserie. Das weiß ich, wo du bist. Ich weiß. Doch, das ist in der Sache. Ich brauche nicht kommen. Ja, ich auch nicht. Ist ja nur ein Team-Deathmatch. Ach, scheiße, ey. Alter! Will ich mich verarschen? Wo war denn der? Ach, wieder da, wo er eben gerade war. Geil. Eigentlich nicht. Ich bin noch was weitergelaufen. Ja, wow. Wo ist der Mistwurt? Ich seh den nicht. Wo ist der? Mami. Ich habe mich aus den Augen verloren. Alter. Ich habe mich einfach total aus den Augen verloren. Warum kann man die eigentlich nicht zerschießen? Die Pizze schießen die doch immer. Oder? Ja, kann man auch. Warum habe ich die nicht getroffen? Egal, weil mir jetzt schon am Tisch war mir klar, dass du jetzt da triffst, wenn ich da mich auf das Ding konzentriere. Da komme ich noch nicht hoch. Deine Mami wird knapp. Deine Mami sind unterwegs. Oh, Pia gibt sich noch Vorräte. Lass bei ihm. Aufklärungsdrohne einsatzbereit. Aufklärungsdrohne online. Ach, da unten ist der? Ah, ich habe mich jetzt zu spät gesehen. Scheiße. Na, ist er hoch? Scheiße. Egal. Ach, egal. Noch mal ein bisschen deutlicher geworden. Noch mal ein bisschen deutlicher geworden. Alter. Egal. Leute, du hast den Arsch verletzt. Boah, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.